So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier im Himmelsturm auf der Suche nach den dunkleren Fürsten, wo uns im letzten Part, ja, das Phantom von Seth herausforderte und wir ihn natürlich am Ende besiegten und natürlich dann am Ende, Seth sich uns anschloss auf unserem Weg, den dunkleren Fürsten zu besiegen. Ein recht skurriles Bild gibt es jetzt ab, aber egal, 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 wir setzen trotzdem unseren Weg hier im Himmelsturm fort, darüber hinaus gab es, sag mal, wieder eine Weggabelung, Wodurch wir jetzt erstmal von einem Großteil unserer Leute getrennt sind und wir erstmal wieder anders kämpfen und agieren müssen, als wir es eigentlich wollten hier im Himmelsturm. Und nun sind wir sowieso erstmal auf dem Weg, eine weitere Schatztruhe zu öffnen. Und nebenbei sammeln wir noch ein bisschen EP. Ist zwar nicht allzu viel, aber immerhin besser als nichts. Tja, überall Bananen im Diebstahl jetzt. Aber auch das ist, er sagt, nicht allzu schlimm. Denn so oder so, gewinnen wir. Und wie man jetzt auch erstmal sehen kann, Seth ist er, sagt keine allzu großartige Bereicherung für unser Team. So ganz und gar nicht, er kann bloß mit Steinen werfen. Tja, tja, da war er doch eigentlich besser gewesen, als der dunkle Fluch Besitz von ihm ergriffen hatte. Ich frage mich, was Seth wohl so mag. Tja, das werden wir auch irgendwann mal erfahren. Auf jeden Fall ist es ja eigentlich ja nicht so, dass er es mag, irgendwelche Leute zu quälen. So, hm, irgendwas riecht hier gut. Endlich fällt es dir auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Selbstgemacht aus Ziegenmilch, Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst? Tja, ha. Moment mal, Katzenstreu? Oh nein, mir ist die Geheimzutat rausgerutscht. Ziegenmilch. Tja, geheime Talente von meinem Mies kommen jetzt zum Vorschein. Okay, so viel dazu. Tja, so viel dazu, so viel dazu. Unser guter Mie-Bot mal wieder. Er hat seine Kameraden gerecht. So, und hier an der Stelle hätten wir jetzt erstmal den Zangenangriff gelernt. Bedeutet natürlich, dass wir das gleiche auch mit Mie-Bot machen müssen. So, und jetzt haben wir eine super Robe. Tja, Magie und Technologie vereinen sich jetzt. Der Augenblick, Augenblick ist nun gekommen, dass der Technomagier die Bühne betritt. Gibt es jetzt eigentlich irgendwelche Sonderangebote für Kleidungsstücke für Mies? Nein, anscheinend haben wir bis jetzt bloß nicht allzu viel kaufen können für unseren Priester. Das ist wohl jetzt eher die richtige Erklärung. Oder jedenfalls die einzige Erklärung, die wir jetzt hier hatten. Moment, was ist denn jetzt damit los? Der Lumpen-Ketzjot hat bloß 4 und... 40 EP ge... äh, Verteidigungspunkte eingebracht? Na, das kam jetzt wirklich ziemlich unerwartet. Verteidigungspunkte Tja, jetzt haben wir wieder mal nix zu futtern Ist ja jetzt wirklich schade Ansonsten könnten wir jetzt mal auf die Stelle auch noch ein paar weitere Strandausflüge machen Oder generell mal versuchen die ganzen Ausflugtickets mal loszuwerden Das wollte ich ja eigentlich schon längst mal Offscreen machen Aber bis jetzt habe ich das noch kein einziges Mal durchgezogen Weil ernsthaft sehr interessant ist das Ganze ja jetzt nicht mehr Im Grunde genommen haben wir jetzt schon alle Situationen ja gesehen Die es ja beim Strand zum Beispiel gibt Oder beim Einkaufsbummel Obwohl beim Einkaufsbummel gibt es immer noch was Neues Aber so beim Strand haben wir jetzt wirklich alles schon gesehen Da überrascht mich jetzt jedenfalls nix mehr Und beim Kaffeebesuch Sieht es hier glaube ich auch nicht anders aus Ohne dich hätten wir echt Alters gesehen Kies Okay das soll etwas Neues mit dem Monster Vielleicht kommt es eigentlich auch auf den Bekanntschaftsgrad an Kann ja alles sein Aber andererseits haben wir auch Bananen gekriegt Als wir einen großen Freundschaftslehr hatten Okay Diese eine Karaoke Situation hatten wir auch schon Karaoke Tja mit Karacho die Lieder durchgeschmettert Okay die Kochschule ist neu Also ein paar klitzelkleine neue Sachen gibt es also auch immer noch Mit etwas Glück Bodentraining Bodentraining Ah das ist jetzt auch was Neues Einfach ein paar Sit-Ups Gut jetzt noch einmal Zum krönen Abschluss Trainingsraum Und danach müssen wir uns aber auch wirklich ein bisschen weiter bewegen Im Himmelsturm Muckis Totale Muckis Gut und schon wurde Freundschaftslevel Level 8 Mit Mühe und Not erreicht Und nun wieder mal weiter am Text Als nächstes erwartet uns ja die Schatztruhe Und dann sowieso noch zwei weitere Wege Bis wir dann endlich mit unserer zweiten Gruppe vereint sind Kira und Co kommen dann wieder herbei Das macht uns ja natürlich mal wieder ein bisschen froh Ja das schaffen wir locker Okay Solange das jetzt keine Furien sind Na toll Es waren Furien Yay ich bin wieder da Da hab ich wohl Glück gehabt Nicht schon wieder Äh okay Da gab's dann jetzt erstmal die Rache Aber auch erstmal die Wiederbelebung Also gut Mibot 301 Meine Güte Oh Gott Was sind das jetzt für Furien hier Okay Diesmal haben wir ordentlich verloren Aber das war ja nicht zu erwarten Tja man kann nicht immer gewinnen Das kann man jetzt Ersatz so sagen Man kann nicht immer gewinnen Okay Einen Helden Zauberstab Na der sieht doch jetzt nun wirklich ziemlich heldenhaft aus Und zum Glück gab's dafür keine Banane Tja so hätten wir wenigstens ein bisschen Kraft wieder gut gemacht So ein bisschen Kraft haben wir jetzt wieder gut gemacht Aber diese verdammten Furien Da sagt man so einfach sowas einfach bloß mal aus Scheiß und Jux und Tollerei Und dann kommen da wirklich irgendwelche Furien um die Ecke Aber wartet mal Die Furien kam ja glaube ich jetzt aus einer Schatztruhe heraus oder? Na wenn das so ist dann dürften die jetzt nicht wieder auftauchen Und anscheinend war es ja total unnötig gewesen diesen Weg zu gehen Kann man aber auch nicht vorher wissen Also gut Und los Wir müssen weitermachen Immer weiter Immer weiter Denn der Weg ins nächste Stockwerk dauert immer noch ein bisschen Und ist weiter entfernt Oh diese Lichtmagie funktioniert ja nie Also ernsthaft Bis jetzt hat diese Magie überhaupt noch nicht funktioniert von ihm Kein einziges Mal Immer wenn er versucht das strahlende Licht zu aktivieren Geht's daneben Ich kann es so immer nicht fassen Was? Dass ich der dunkle Fürst war Meine Taten als dunkle Fürst lasten schwer auf mein Herzen Ich habe so vielen Leuten Leid zugefügt und lauter schreckliche Dinge getan Tja du kannst dich also an alles erinnern Ja schrecklich Doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper Ich konnte nur tatenlos zusehen wie der dunkle Fürst dieses Land plagte Das war sicher nicht leicht Tja aber du tust wenigstens Buße für deine eigentlich ja nicht getanen bösartigen Taten Also jetzt wieder mal weiter im Text bis zum geht nicht mehr Also im Grunde genommen ist das Ganze jetzt auch ein bisschen langweilig geworden muss ich sagen Wir kommen er sagt ziemlich langsam hier voran Irgendwas aufregendes geschieht hier so gut wie gar nicht mehr Ist schon irgendwie ein bisschen enttäuschend Wie das Ganze jetzt hier eigentlich verläuft Zu Anfang war die Begeisterung noch ziemlich groß gewesen Aber jetzt so nach und nach Verfliegt die Begeisterung Naja im Grunde genommen geschieht hier jetzt auch nichts mehr Großartiges Es ist ja jetzt ja immer nur noch das gleiche Der Versuch Dungeons zu bewältigen Der Versuch irgendwas zu finden Der Versuch neue Lebensmittel Er sagt fürs Lager zu kriegen Und dann natürlich noch der Versuch neue Ausrüstung zu kaufen Wodurch wir an Kraft gewinnen können Nein das hat jetzt auch keinen Sinn Schnick schnack schnuck wäre vielleicht noch eine Option aber da verliere ich ja sowieso mehr Geld als was ich er sagt gewinne Menschen kennen das und die Wege werden jetzt auch immer kürzer also länger und gute Turnschuhe das muss auch noch erwähnt was Leinart da eben von sich ging was ich er sagt nicht mehr vorgelesen habe auf Reisen braucht man natürlich ja gute Freundschaft und nicht zu vergessen gute Turnschuhe weil man läuft sicher auf Reisen und wirklich die Füße wohnt anders kann man das Ganze gar nicht mehr sagen ich habe ein Loch im Schuh sowas kann passieren ey was ist jetzt los ah Vollkorn und Dinkel der dunklere Fürst legt jetzt erstmal ordentlich los das hätte doch wohl bis nach dem Essen warten können oje oje ok General Dinkel kehrt zurück und ebenso auch noch der Vollkorn-Golem jetzt der Kraft Vollkorn-Golem und Gold Dinkel zwei Golems zweimal also noch einmal zwei Golems gut viermal Schutzschild und dann er sagt noch die Ultrifizierung so kann es jetzt losgehen in die Luft mit dir Manni ok der Vollkorn-Golem ist jetzt schon erledigt und Zangenangriff ja dann dürfte Gold Dinkel jetzt auch gleich erledigt sein ok es dauert ein bisschen länger bis Gold Dinkel besiegt ist wir leben noch vielen vielen Dank na gut es wird jetzt doch noch mal ein bisschen interessanter wie es den Anschein hat die Rückkehr von König Vollkorn und Prinzessin Dinkel wer kommt dann eigentlich gleich als nächstes mein König ist endlich habe ich es wieder ich könnte vor Freude von einem Bein aufs andere hüpfen Papa du warst wieder einmal die Rettung in Person vielen vielen Dank mach diesen dunklen Fürsten zunichte und besser gesagt den dunkleren Fürsten der Kampf ist noch nicht vorbei aber ich bin sicher dass du jeder Herausforderung gewachsen bist viel Glück bis bald interessant ist es jetzt dann vielleicht so dass das nächste Stockwerk schon das Stockwerk ist wo der dunklere Fürst auf uns wartet und das gleich eventuell vielleicht Jagan wieder auftaucht könnte natürlich angehen aber auch ich kann nicht ich kann ich kann es ich kann es Na gut Also gut, also gut, also gut Es könnte jetzt angehen Oh nein Oder doch Nein, es kann eigentlich nicht sein Dass wir jetzt noch einen weiteren Bossfalt haben Hm Wie es wohl den anderen geht Inzwischen auf der anderen Seite Es hilft jetzt hier rumzulangern Gehen wir weiter Ach, die müssen immer noch kämpfen Okay, dann müssen die Die, äh, na Die fünf immer noch weiter kämpfen Oh, ein Heldendolch Nicht übel Ich glaube, so langsam sind wir mit der Ausrüstung Fast am Ende angelangt Ja, ich glaube Ausrüstungstechnisch Müssten wir so fast am Ende sein Eines aber wollte ich schon immer über Diebe wissen Und zwar Besteht ihr wirklich Leute? Nein, wir beklauen sie Tja, jetzt kommen Wahrheiten auf den Tisch Die bestehlen nicht, sie beklauen Ah, sieh mal Ich Medusa Mal was ganz Neues Au Au, ne kleine Versteinerung Na toll Die Medusa wurde verschont Ich hab kein Los Naja, ich kann's langsam verstehen Die Kämpfe werden langsam ermüdend Au, verdammt Wir Schneeeulen Und noch mehr Medusen Kommt mir irgendwie auch komisch vor Dazu Medusen zu sagen Aber gut Eine Medusa ist weg Die andere ist auch schon fast da Kira verteidigt Bis zum geht nicht mehr Und dann kommen auch noch ein paar Versteinerungen hier dran Tja, schauen wir einfach mal Was die Mies So ohne mein Zutun Erreichen können Und dann kommen auch noch ein paar Versteinerungen hier dran Konnten wir ordentlich vergräulen Das schaffen wir locker Ich hätte gerne was Neues zum Anziehen Hätte wohl jetzt aktuell jeder gerne Ach, verdammt nochmal Wieder der falsche Schalter Aber gut Die Mission geht jetzt weiter Weiter Weiter, weiter Immer weiter Und wieder mal bloß ein Bonbon gekauft Na, wenigstens steigert sich hier ein bisschen die Abwehr So, sonst noch irgendwas HP und MP Okay tja ich habe ja beim besten willen nichts mehr als so viel zu sagen wirklich so gut wie gar nichts ja die mies haben an sicher ein nächstes zu bereden aber ich finde es jetzt einfach nur noch langweilig jetzt beeilt euch bitte mal ein bisschen und kommt wieder zusammen jetzt kommt da kommen auch noch troll hier an na gut ihr könnt deshalb auch alleine mal kämpfen währenddessen trinke ich mal was tja shakalaka mit ziemlich langsamen schritten schreiten wir hier im himmelsturm voran und dazu kommen auch noch nicht allzu viele lebenspunkte und erfahrungspunkte und mana punkte und sonstige punkte aber wir müssen es gleich geschafft haben aber trotzdem müssen wir erstmal den tresor raum knacken es hilft alles nix eines überrascht mich beim öffnen einer schatztruhe immer wieder man kann am geruch sofort erkennen was drin ist oh ja vor allem bei hp bananen die riechen so süß und lecker ich kann die aber nicht mehr sehen und gold stinkt total stimmt das hat so einen metallischen geruch was wir wohl in der nächsten schatztruhe finden hoffentlich was was auch gut riecht nein parfüm sicherlich nicht aber gut dann knacken wir noch die nächste schatztruhe wirklich besser als nichts ach sieh mal mit dem y knopf kann man eher sagt die zeit verlangsamen und mit b natürlicher beschleunigen beeindruckend faszinierend die brille wird eigentlich nicht versteinert auch sehr interessant immer mal wieder ein paar neue informationen oh junge mal wieder so viel dazu so viel dazu so viel dazu 120 hp bananen wurden jetzt insgesamt gefuttert die banane ist jetzt effektiver aber trotz allem ich kann diese verdammten bananen so langsam als sicher nicht mehr sehen so holen wir uns jetzt das heldenschwert und jetzt wo wir natürlich das heldenschwert besitzen gehe ich mal stark davon aus dass wir so gut wie gar nichts mehr für kira zum einkaufen haben das zwölfte schwert müsste jetzt theoretisch auch das letzte schwert sein oh nein es gibt jetzt auch noch irgendein weiteres juwel hier zu suchen also so langsam war ich wirklich genug hier von diesem verdammten Turm und von den ganzen Gekämpfe ich brauche eine Pause ach nicht schon wieder aber ist natürlich mal klar ach jetzt ein Heldendolch na wunderbar der Heldendolch ja ich glaube ja langsam als sicher wirken die Heldeneitems sind er sagt das non plus ultra aber wisst ihr was ich denke mal das ganze könnten wir auch einfach mal so mal nachschauen im Katalog müssten dann ja eigentlich noch freie Plätze sein sollten wir noch irgendwas weiteres kaufen können warte mal es gibt immer noch weitere Dolche okay der Heldendolch ist also ist also nicht das non plus ultra was man einkaufen kann na gut und weiter geht's irgendwann werden wir doch jetzt endlich mal wieder mit unserem Team Feind sein naja aber wenigstens haben wir jetzt ein paar neue Waffen Heldenschwerter Heldendolche es wird jetzt alles ein bisschen heldenhafter ja Okay, jetzt liegt aber auch mal los. Ach, Menschenskinders, ihr müsst doch langsamer sich endlich mal beim Ende ankommen. Gut, jetzt kommen wir aber langsam mal sicher auch selbst mal wieder zusammen. Los zum Ausgang! Es hat jetzt viel zu lange gedauert. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, erst so an die zwei oder drei Parts. Hier im Himmelsturm aber trotzdem. Aber trotzdem zwei Parts hin oder her. Oder drei Parts hin oder her. Hauptsache, wir sind in Kürz endlich hier wieder weg. Gut, die nächsten Gegner wurden auch erfolgreich verkloppt. Das ist die richtige Einstellung. Ja, einverstanden. Einfach weiter Gegner verkloppen. Besser kann es jetzt nicht gehen. Und den nächsten Sieg erbrochen. Tja, 1100 Leute endlich gerettet. Die Macht des AP-Streuers wird jetzt auch besser. Die Macht des MP-Streuers ebenso. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal unsere stärksten Kameraden wieder vereinen im Kampf. Eine grelle Rüstung. Na gut, die grelle Rüstung kann wenigstens unsere Abwehr ein bisschen weiter erhöhen. Ja, höheren. Ja, höheren.